Ich schreibe morgen meine erste Abi-Klausur und zwar im Fach Biologie und die geht ganze 5 Stunden. Deswegen habe ich mir so ein kleines Starterpack für die Klausur gemacht und das zeige ich euch jetzt. Als erstes habe ich mir Kinderbühne geholt, weil ich brauche auf jeden Fall irgendwas Süßes, was ich in der Klausur essen kann. Dann weißes Red Bull, um in den 5 Stunden auch die ganze Zeit wach zu bleiben. Dann ganz wichtig, Orangensaft und Wasser, damit ich auch nicht dehydriere während der Arbeit. Dann werde ich mir safe Nutella-Toast machen, weil ich safe Hunger bekomme in 5 Stunden und dann irgendwas essen will, deswegen Nutella-Toast. Dann auf jeden Fall Dextro-Energy und ein Protein-Riegel, damit das mich irgendwie zum Denken anregt. Und dann ganz wichtig, Airways, weil Kaugummi in Klausuren beste. Und ja, wünsche mir Glück, weil werde ich brauchen.